Der Titelgewinn ist schon was ganz, ganz Tolles, aber jetzt wirklich eine eigene Edition zu haben und dann selbst einsteigen zu dürfen, mit dem Auto zu fahren, das ist ein tolles Gefühl. Ich habe mir heute wirklich mal die Produktion von den einzelnen Fahrzeugen ansehen dürfen, natürlich auch die des M4s, die hier im Werk München gemacht wird und es ist natürlich für mich als Rennfahrer toll, sowas zu sehen. Mit den Mitarbeitern Smalltalks zu halten, auch eine Autogrammstunde für die Mitarbeiter zu geben, ist was Schönes. Ich hoffe einfach, ich kann denen eine Kleinigkeit damit zurückgeben und es war ein toller Vormittag. Ich kann da einfach nochmal Danke an BMW und an die MGmbH sagen, die das ermöglicht haben, dieses Auto herzustellen, 23 Stück und das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Wir machen das ganze Musik. Vielen Dank.